Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Nehmen wir das und das. Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Wieso kann ich eigentlich Eis nicht erstellen? Ich hab doch genügend Sachen. Ah. Das ist komisch. Dann komm mal her. Möchten wir auch... Wow. Ich bin hier gegangen und... Ja, ist sie. Ähm... Wollen wir mal... Mutattacke. Hässiges kleines Ding, was? Macht aber ordentlich Schaden. Nee. Du bist vergiftet, du dachtest es nicht. Kannst selber Feuer marscheln. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ach, das Ding ist schnell. Oh shit Sherlock. Zuuu. Das kriegt auch ordentlich Schaden von Explosionen. Nein. Ja. Trotzdem getroffen. Wollen wir jetzt auch craften? Ja. Achtsum. Oh. 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 Oh ja, da war ja was. Ich hab... Ich hab ein Kanon abgeschossen. Wer damit? Oh. Ah. Hab ich? Oh. 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 Oh ... Ja, so lange sie verwundbar ist. Ist mir klar, ich kenne das ganze Prozedere. Komm, einen schaffst du noch, einen schaffst du noch. Hier Scham kriegt die vor allem nicht dieselbe. Ich glaube, ich sollte erst mal auf normale Fälle gehen. Jetzt kann ich wieder auf Säure gehen. Weil jetzt nämlich die Säure wieder nachgelassen hat. Ja, Eloy, das kann mir ändern. Ja, noch einmal. Noll, ist wieder vergiftet. Ja doch, ist vergiftet. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ab dafür. Mehr Schaden. Ich muss den Kopf treffen. Mehr Munition. Na, bei welchen Töner des Kopfes muss ich treffen? Wuhh, das hat Schaden heute. Ein Spott ist ja noch draußen. Sollte ich vielleicht, äh, sparsame Demoni-Zone reden. Sollte ich dann hier entwickeln möchten. Sollte ich mich einfach in einer Luft sterben. Okay, was ist denn so für mich? Okay. Geht es dir gut, Eloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay. Ich kann auch, wenn die Luft rein ist. Kann man hier noch einmal einsetzen? Wenn das nicht beide Sticks dran drücken. Äh, schau mal davon noch her. Und von den Giftingern. Dann sammeln wir da mal noch die Beute ein oder dann geht's mal. Ab nach draußen zu Ehren, wo dann noch ein zweites Teil davon wartet. Aber draußen, hm, wir erinnern uns, äh, liegen noch zwei Waffen rum. Einer macht Plasmaschaden. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Vielleicht machen beide sogar Plasmaschaden. Ey, das heißt bitte den ganzen Weg nach oben. Wir sind doch gerade so schön hierher gekommen. Äh, nach oben geht's. Äh, ist bewundet. Äh, ist bewundet. Das Phantom schaltet auf Stur. Es hat mich festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Verein dich. Festgesetzt hat Ford wirklich in den Sand gesetzt, oder? Das klingt nicht gut. Ich muss zu Ehren. Und, ich bin hier. Bleib vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Jaaaa. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Was ist das denn jetzt eigentlich gerade für'n Scheiß? Was? Oh, Waffen. Jaaaa. Ich will hier auch gerne mal weg. Sofern das möglich wäre. Oh. Das war keine Waffe. Ehren, du kannst ihn nicht zufällig ablenken, oder so. Ich müsste hier doch noch neben dem eine Waffe legen. Ich höre mir jetzt die andere Waffe. Au. Wo ist die Waffe hin? Ehren, lenken sie mal bitte kurz ab. Ich muss mal eben die Waffe suchen. Ja. Ich bin beschäftigt. Ja. Das war ja. Jetzt ist die Kanone wieder weg. Oh ja. Da muss ich ihn loslassen. Ich kann ihn noch anbieten, äh, mit... ... und... ... Gesundheitssocken... ... zu montieren. Ich will doch einfach mal diese Scheißwaffen verwenden. Ja. Boom. So. Äh... ... Gewehr. Gewehr, Gewehr. 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 Die propor. Gewehr. Häy. Das ist... ... vielleicht nur, was ich mir summar CGI vorstelle, oder? jetzt ist die waffe wieder weg oder gibt mir ich so einen sachen gefühl die jetzt gerade weg sind oder sagen habe ich doch eigentlich angesetzt kritische schlag auch gar nicht die waffe haben bitte die waffe sie ich bin nicht betrunken aber gerade sich doppelt lange geschichte aber das muss warten sie braucht einen heiler wir müssen sie sofort zur basis zurück bringen stimmt ja gut worauf warten wir dann geht ihr beide voran ich muss mir noch mal die waffe ansehen wenn ich herausfinde wie sie funktioniert werden die sie jetzt vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben kommen dann weil ich ja auch was zwei stunden und zweieinhalb das hat mein den ganzen plan durcheinander gebracht jetzt ist sie wenigstens abgekühlt die kugel scheint schlüsselstück zu sein ich muss das waffenteil zur analyse zu gaia bringen wenn wir sie nachbauen können gibt es vielleicht einen weg die sie nicht zu besiegen ich sollte auch nach dem klon sehen wo ist unser gast mit dem wartungsbereich unter dem kontrollraum okay mal so eine frage würde ich jetzt das spiel laden wollen dann hat er das jetzt gerade gespeichert das ist dann auch schon mal gut dann bedanke ich mich vielmals fürs zuschauen hoffe ihr hattet spaß bei mir war es auf jeden fall besser als das letzte mal ich wünsche euch noch eine wunderbare zeit bis zur nächsten aufnahmesession bis dann tschüss um wir sch were ihr 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 und